Hallo Tiki! So, wir haben jetzt hier gerade noch ein Päuschen eingelegt. Zwei faulen Säcke, die chillen da unten am Bach. Wir haben jetzt noch so knapp eine Stunde bis Naudos, da haben wir ein Hotelzimmer. Und dann gibt es erstmal eine kühle Dusche und hoffentlich ein weiches Bett. Mir tut mittlerweile einfach alles weh. Meine Knie tun mega weh. Mein Arsch tut übel weh, richtig platt gesessen. Ich bin so froh, wenn wir nachher im Hotel sind. Einfach duschen und ins Bett legen. noch eine Flugwortzeuge, wie heißt das mit Ihren Wein im Bach. So, wir waren jetzt halb sieben am Morgen Mobils stehen schon in der Garage bereit Und jetzt geht es dann gleich los Richtig herrliche Kurven Immer noch kehre links, kehre rechts Und was verkehren Ajo, es geht ja mit den Bergen Ajo, da kommt einfach ein Bus Ajo, da kommt einfach ein Bus Ajo 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 Vielen Dank.